Hallo und herzlich willkommen zu DOORS. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Heute müsste, wenn ich alles richtig gemacht habe, der 18. Mai sein, an dem wir Türchen Nummer 18 unseres Kalenders, mit dem wir auf den Sommer warten, das Türchen Nummer 18, Haus des Weisen, öffnen. So, dann schauen wir wieder einmal, erstmal drumherum. Da sehe ich auch schon unsere Notiz. Die Gier hat dich verzerrt und die Zukunft zerstört, die du aufbauen wolltest. Ja, aber hier so von unseren Diamanten habe ich gerade noch nichts gesehen. Dann schauen wir uns mal hier diese Rätsel an. Okay, hier haben wir einen Hinweis. Da habe ich ja hier gerade schon beim Gucken gesehen. Hier haben wir so einen... Ähm... Hier haben wir auch so einen Hinweis, dass wir diese beiden Reihen vertauschen sollen. Das Fläschchen oder so können wir uns nicht nehmen. Aber wir können die Kissen hier wegschmeißen. Bekommen einen Griff und haben unseren ersten Diamanten oder Edelstein eingesammelt, den blauen. Hier werden wir irgendwas reinpacken müssen. Ähm... Ich denke mal nicht, dass das der Griff hierfür ist. Doch, ist es. Ah? Da haben wir eine Maske und ich glaube, es ist auch direkt schon das, was hier hinkommt. Und ein Rätsel. Nein, ein Schlüssel. Ich dachte, wir müssen jetzt hier ein Rätsel raten. So, was haben wir hier? Okay, das... Wird sich hier wohl noch öffnen? Äh... Aha. Gut, dann denke ich mir mal, dass wir hier diese Dinger... Aha. Ah, okay. Die Dinger werden wir wohl hier an die Position bringen müssen, aber die blockieren sich alle gegenseitig. Anhand dieser roten Perlen, die da dran sind. Also, da muss man auch noch so ein bisschen querdenken. Also, der kommt... Nicht hier hin, der kommt hier hin. Moment. Äh... Nee, der blockiert sich dann. So. Der muss hier hin. Der blockiert sich dann hier wieder. Dann machen wir das mal so. Der muss... Der muss hier noch irgendwie umgetauscht bekommen. Ähm... Machen wir das einmal so. Den hier unten rein. Den hier hin. So. Ah, es ist schon wieder so knifflig hier. Wie bekommen wir das dann jetzt hier hin? So. 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 Der muss erst mal hier hin. Der muss... Der müsste da hoch. Moment. Der lässt sich hier nicht hoch und hier nicht hoch bewegen. Machen wir das mal so. So. Jetzt haben wir das. Da muss er jetzt hier hin und der muss hier hin. Okay. Damit öffnet sich dann schon mal die erste Pyramide. Müssen wir hier das Rätsel wieder mitnehmen. Ja. Weil für die andere Seite. Habe ich mir schon irgendwie so gedacht. Und da müssen wir hier wieder genau dasselbe machen. Muss der erst mal hier hin. Der muss dann da hin. Können wir aber... Den doch... Den kriegen wir hier runter. So. Okay. Dann bekommen wir hier so eine Perle. Marmor. Eine Marmorperle. Ach. Wir haben den Edelstein. Müssen wir hier eventuell die Perle reinmachen? Nein. Wir haben ja hier noch etwas. Ah. Hier. Okay. Also hier haben wir jetzt die Symbole, die wir anordnen müssen. Aber hier auf der Seite stand ja die obere mit der unteren Zeile vertauschen. Also. Die müssen wir vertauschen. Dann nehmen wir zuerst... Ähm... Diese Position. Dann... Hier diese Position. Und hier... Gut. Das wird dann ganz genau andersrum sein. Äh... Ne. Moment. Hier... So. Ne. Auch nicht. Moment. So. Wir sollen die obere mit der unteren Zeile vertauschen. Klar ist auf alle Fälle das hier. Ähm... Wenn wir das jetzt so drehen würden... Dann müssten wir das hier ganz nach oben packen. Weil das hätten wir ja dann vertauscht. Und das auf die zweite Position. Also so wie es jetzt ist. So funktioniert es aber nicht. So funktioniert es auch nicht. Ach, mein Gott. Ich habe voll den Denkfehler. Wir müssen das nicht so... Also das hier ist nicht die erste Reihe. Dass man das so anordnet. Sondern wir müssen das... Ähm... So anordnet. Also ich habe gerade voll den Denkfehler gehabt. Gut. Also erste mit der letzten Reihe. Da muss, ähm... Bei der ersten Reihe das Symbol ganz nach unten. So hier das muss von oben an die zweite Stelle. Und das muss von oben an die dritte Stelle. Dann haben wir hier einen Hebel. Hier kommt dann wahrscheinlich die Marmorperle rein. Und wir haben die Tür geöffnet. Haben wir denn alles gefunden? Oh, ich hoffe. Sonst müssen wir gleich das Rätsel nochmal machen. Level 18 abgeschlossen. Ja. Wir haben alles gefunden. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber beim Haus des Waisen haben wir auch unsere Edelsteine und unsere Notiz gefunden. Und morgen gucken wir uns den Arabischen Bazaar an. Das war heute die Folge mit Doas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.